Danke, dass du mich verraten hast, dass ich gebürtig auch aus Deutschland bin. Aber bei mir hört man sich. Ich habe einen großen Vorteil, es stimmt ja, was die Sonja sagt. Du hast es als Deutscher ja nicht leicht in Österreich. Ich habe natürlich den großen Vorteil mit meinem Bayerischen. Zu mir sagen die Leute immer oft, wo kommst du da her? Dann sage ich aus Deutschland und dann sagen die, du bist kein richtiger Deutscher. Du bist ja wenigstens aus Bayern. Wenigstens aus Bayern. Das ist so, wie wenn ich mir daheim mit der Brotschneidemaschine in den Finger einschneide, zum Doktor gehe und der dann sagt, ja, wenigstens nicht der ganze Arm. Ich möchte ohne große Ausschweifung jetzt zu unserem nächsten Künstler kommen. Ich freue mich auch bei ihm sehr, dass er da ist. Ich habe ihn schon kennengelernt. Er ist ein ganz, ganz netter Kollege und vor allen Dingen, er ist aus der Region. Das ist uns wichtig, auch ein bisschen was aus der Region anzubieten. Das macht man halt heute Tag so. Nein, wirklich ein ganz, ganz toller Kollege. Begrüßt ihn mit einem großen Applaus. Sebastian Hochweiner. Wunderschönen guten Abend. Ja, ich bin das Gute aus der Region. Saisonal. Ja, immer ein bisschen schwierig nach so einem guten Act wie der Sonja aufzutreten. Ihr wisst das vielleicht noch nicht, aber ich bin berühmt. Eigentlich. Ich war schon in Salzburg heute. Das heißt so, die Generation 60 plus kennt mich auf jeden Fall schon. Und vor kurzem in der Zeitung hat den Artikel jemand gelesen. Hat das wirklich so? Ja. Ich glaube, das bringt überhaupt nichts. War nicht ganz einfach mit der Journalistin, weil die hat sich erwartet, okay, die interviewt jetzt einen Comedian. Da kommen kurze, knackige Antworten, gespickt mit Pointen. Es ist dann eher so in Richtung Homestory gegangen. Ich habe dann angefangen, dass durch die Comedy mein Privatleben leidet. Also das, was man halt Leben nennen kann, was davon übrig ist. Meine Freundin leidet darunter, dass ich viel unterwegs bin. Ich leide darunter, dass sie mich nicht lustig findet. Ist aber nicht ihr schuld. Sie ist auch aus Deutschland. Aber sie unterstützt mich, wo sie nur kann, wenn sie möchte. Und schaut immer zu mir auf. Gut, das muss ich sagen. Mit 160 geht's für anders. Ja, ich glaube, für die Journalistin war das Interview alles in allem ein bisschen ernüchternd. Man muss einfach auch dazu sagen, dass das Leben als Comedian ja nicht das Leben eines Rockstars ist. Mit Groupies, ausverkaufte Hallen. Es ist einfach oft sehr deprimierend. Manchmal wie eine Achterbahnfahrt zwischen Selbstzweifel und Selbstverherrlichung. Ja. Und bei all diesen deprimierenden Geschichten, die passieren, versucht man halt noch irgendwie was Lustiges herauszufiltern. Das ist die Arbeit, die dahinter steckt. Bei mir ist das sehr harte Arbeit. Fühlt sich zumindest so an. Bis ich halt dann meinen Konto-Junt check. Der sagt dann wieder was anderes. Ja, das ist Leben am Limit. Bei mir ist es das Konto-Limit. Ja, eine Geschichte war schon sehr amüsant. Die Frage war mir auch ein bisschen unangenehm, weil ich gefragt worden bin nach meinen Vorbildern in der Comedy- und in der Kabarett-Szene. Und das ist irgendwie so ein bisschen wie beim Lieblingssong. Das ist irgendwie schwierig. Ich meine, klar, so Josef Haader, den lieben wir alle. Aber es gibt so viele gute Kabarettisten und Comedians. Ich kann ja gar nicht alle aufzählen. Ich habe dann trotzdem einfach mal so vier, fünf Namen genannt. Und weil sie eine Journalistin war, ist dann die Frage gekommen, ja und was ist mit den Frauen? Und ich habe halt Vorbilder genommen, die ich halt schon als Kind kennt habe und habe mir dann irgendwie ein bisschen schwer getan. Das ist ja nicht meine Schuld, aber ich wollte jetzt auch nicht den Eindruck vermitteln, dass ich Frauen nicht lustig finde. Ich habe halt dann einfach wahllos drei Namen hinausgeworfen von Kolleginnen, die ich halt kenne. Und das war eher so ein bisschen Empfehlung, Werbung machen für die Christine Teichmann, Elli Bauer und die Sonja. Ja, lange Geschichte, kurzer Sinn. Laut Salzburger Nachrichten ist jetzt die Sonja meine Lieblingskabarettistin. Ich glaube, das ist eigentlich so das Lustigste bei mir so im Leben, das was rundherum passiert, so hinter die Kulissen. Ich hätte halt wirklich fast vergessen, dass ich einen Auftritt habe. Und das, obwohl der Termin schon seit Jänner feststeht und ich habe den ganz dick im Kalender eingetragen, das ist das erste Mal, dass ich heute in der AG bin. Aber ihr wisst eh vielleicht, wie das ist. Wenn man bekifft ist. Man vergisst halt Sachen. Ja, es sind schon ein paar 8er, 60er dabei, die dann wissen, wie das ist, wenn man bekifft ist. Nur das Zeige ist halt noch viel stärker heutzutage. Und ich war halt beim Freund daraus ein bisschen außerhalb von Salzburg und das ist echt schwierig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich habe ihm dann gefragt, ob ich sein Auto ausborgen kann. Und damit hat er kein Problem gehabt, hat er nur gesagt, ja, check nur, ob du deinen Führerschein mit hast. Sag ich, ja, sicher kein Problem und schau dann und finde dann mein Führerschein nicht. Und das hat mich dann schon ziemlich gestresst und ich suche überall, find dann was, schau drauf, komm drauf, nein, das ist nicht mein Führerschein, das ist überhaupt kein Führerschein. Das ist das Sackharten fürs Freifahrt. Wo ist mein verdammter Führerschein? Ja, dann ist mir auf einmal wieder eingefallen, ah ja, ich habe ja gar keinen Führerschein. Ja, das ist das Schlechte am Kiffen, also es ist total schlecht fürs Gedächtnis. Aber es gibt noch Sachen, die noch viel schlimmer ist. Das Schlimmste am Kiffen ist, ähm, 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 kiffen ist total schlecht fürs Gedächtnis. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es da hergeschafft habe eigentlich, zu euch nach Linz. Nein, Spaß, ich weiß schon, dass ich nicht in Linz bin, dafür braucht ich schon kein Termin, dass ich das auch seite. Was wollte ich jetzt als nächster sagen, was bringe ich denn als nächster, ähm, ähm, habe ich schon erwähnt, dass Kiffen schlecht fürs Gedächtnis ist. Reden wir über etwas Aktuelles, Koalitionsverhandlungen. Da können wir eigentlich gleich über die nächsten Nationalratswahlen reden, weil so lange kann das nicht gut gehen zwischen Türkis und Grün. Ich habe mir im September einige Gedanken gemacht zum Wählen und zu dem System, wie wir wählen, weil ich finde einfach, das ist nicht mehr zeitgemäß. Früher war das einfach klar, okay, man hat Rot- oder Schwarzgewalt, je nachdem, von wem man profitiert hat. Aber heute sucht man sich schon eine Partei aus, die man vertritt. Und es gibt keine einzige Partei, die ich kenne, die war wohl nur annähernd irgendwie dahinterstehe. Und ich wäre irgendwie dafür, wenn man so ein Punktesystem einführen würde, ne. Weil bis jetzt, so die letzten drei, vier Wahlen, die waren schon im Vorhinein. schon so vorhersehbar. Und ich glaube, das wird das Ganze ein bisschen spannender machen. Und wäre ein bisschen angenehmer. Bei der jetzigen Wahl wäre das halt dann bei mir so, jeder Wähler kriegt zehn Punkte. Bei mir wäre das jetzt gewesen sieben Punkte für die Grünen, zwei Punkte für die Roden. Ich finde sie erbärmlich, aber ich habe es noch nicht aufgegeben. Und dann noch ein Punkt für die Neos, weil ich finde, die machen eine ordentliche Oppositionspolitik, auch wenn das nicht meine Denkweise ist. Das habe ich einem Bekannten erzählt und wir haben uns da interessant und anregend darüber unterhalten. Er hat dann gemeint, ja was passiert, wenn sich da einer verzöhnt mit den Punkten. Gut, also ich habe schon die Hoffnung bei diesem Wahlmodell, dass das vor allem der FPÖ viel Stimmen kosten würde. Aber damit wäre es noch nicht erledigt. Also, weil, okay, das mit dem Punktesystem auf der anderen Seite. Aber mein Hauptwahlmotiv ist ja eine Stimme gegen die FPÖ. Das heißt, ich würde da noch gerne ein Minuspunkte-Konto einrichten. Das gleiche System, jeder hat zehn Minuspunkte. Und, sagen wir uns ehrlich, am liebsten sind wir in Österreich gegen irgendwas. Der Vorteil bei diesem Modell wäre auch, dass jene Politiker, die gerne noch irgendwie so bei den zwei, drei Prozent vom ganz rechten Rand fischen, da noch die Rechnung präsentiert kriegen. Ich glaube, es wird auch total spannender werden, schon im Wahlkampf, so in die Parteizentralen, wird total taktiert, wie kann man sie gegenseitig neutralisieren. Die Meinungsforscher hätten es auch nicht mehr so einfach, das wäre auch nicht mehr so präzise. Das heißt, der Wahlausgang wäre viel, viel spannender. Und am Ende gewinnen die Kommunisten. Weil keiner die KPÖ am Radar hat mit den Minuspunkten. Gut, ich weiß, das ist unrealistisch. Aber es ist bald Weihnachten, man darf sich noch etwas wünschen. Es gibt ein paar Sachen, die man wünscht. Es gibt ja wirklich dringendere Probleme, die es zu lösen gibt. Ich glaube, der allererste Punkt ist einmal die Schließung sämtlicher illegaler Teigtaschallfabriken. Ja, natürlich Spaß. Es gibt wichtigere Sachen als das. Wie dann mit den Pensionen in Zukunft. Ich kenne das in meiner eigenen Familie. Also meine Großeltern sind jetzt schon so alt, die haben vor zwei Wochen den 63. Hochzeitstag gefeiert. 63 Jahre. Das heißt, wenn sie meine Großeltern jetzt scheiden lassen würden, wäre das keine Scheidung mehr, sondern einfach eine Ehe, die in Pension geht. Danke, Albert. Der prägnante Lacher ist übrigens derjenige, der mich heute begleitet, der die Freikarte bekommen hat. Der dafür versprochen hat, zu lachen. Und er lacht sehr gerne, er lacht sehr viel. Kritisch wird es, wenn nicht einmal er noch lacht. Was sind denn noch wichtige Themen? Umweltschutz natürlich. Das ist ein ganz großes Thema. Ich bin ein großer Befürworter der Fridays for Future. Weil ich selber nicht gerne spazieren gehe, aber ich finde das total klasse. Nein, ich bewundere das wirklich. Also selbst die Jugendlichen, die das nur als Vorwand nehmen, weil, seien wir sich ehrlich, wir haben auch Vorwände benutzt, um die Schule zu schwänzen. Nur unsere Vorwände haben halt Kassen Migräne oder Menstruationsbeschwerden. Und ganz ehrlich, also bei mir sind Menstruationsbeschwerden noch viel unglaubwürdiger gewesen, als bei den Jugendlichen das Engagement für den Umweltschutz. Ich finde auch, meine Generation ist da viel zu nachlässig gewesen. Wir waren da viel zu faul. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Bekannten und ich irgendwas so auf die Beine gestellt hätten, dass wir uns da so engagiert hätten. Mei, wir haben halt da und dort einmal eine Online-Petition unterschrieben, mit wenig Aufwand, ein gutes Gewissen, kostenlos. Das war unser Einsatz für eine bessere Zukunft. Dann noch selbst auf die Schultern klopft. Das haben wir dann übrigens getauft, Netzaktivismus. Völliger Schwachsinn. Weil das einzige Mal, wo ich irgendwie aktiv bin, wenn ich vor dem Internet sitze, ist, wenn ich meinen Porno anschaue. Nichtsdestotrotz, auch bei uns zu Hause im Privatleben hat das schon abgefärbt. Also wenn ich jetzt einkaufen gehe, immer mit einem Stoffsackerl. Und meine Freundin ist dann noch viel, viel weiter. Also sie ernährt sich ausschließlich vegetarisch. Und sie schmeißt zum Beispiel überhaupt kein Essen weg. Gar nicht. Das muss dann immer ich machen. Und schlecht geworden ist. Ein Thema habe ich noch. Das ist jetzt nicht ein Thema, was mich so persönlich betrifft. Aber es besteht ja, und das hat man in den letzten Wahlkämpfen gesehen, ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Es ist eine Sorge, dass das Land nicht sicher genug ist. Und vor allem irgendwie so der islamistische Terror. Immer auch mal mehr Sorgen irgendwie, dass jetzt von diesen Rechtsextremen irgendwie immer mehr Leute einmal, ja, glauben, jetzt ist der Tag X gekommen. Und einfach einmal alles niederschießen. So diese schmerzbefreiten 16%. Aber warum ist das so, dass wir uns so viel mehr fürchten von Islamisten als von Nazis? Ich glaube, das liegt zum einen daran, wie wir damit umgehen. Wenn man sich jetzt irgendeinen Moslem in die Luft jagt, dann sagt man, wir müssen was gegen die Politisierung des Islams machen. Wenn irgendein Nazi einen Scheiß gebaut, heißt es ja, wir dürfen die Sorgen und Ängste der Menschen nicht ignorieren. Eine andere Geschichte ist natürlich, der 11. September. Gibt es irgendwen, der den nicht miterlebt hat? Ich bin manchmal bei so einem jungen Publikum, die das gar nicht mitgekriegt haben. Nein, okay. Jetzt hat es alle alte Säcke. Nein, Spaß. Der 11. September, der ist wirklich im Hirn einbrannt. Nach wie vor. Weiß jeder noch, wo er war an dem Tag. Ganz genau. Vom Fernseher. Wie sonst auch. Überall das gleiche Programm. Wie sonst auch. Ja. Das hat sich einbrennt. Und deswegen, glaube ich, weil es sich so einbrennt hat, fürchten wir uns auch davor. Wie gesagt, meine Sorge ist, wann? Aber ich fürchte mir jetzt nicht wirklich, dass es eher von der rechten Seite kommt. Und ebenso rechtsextreme Attentäter. Und ich habe das auch ziemlich krass gefunden, wo das in Halle passiert ist. Wo der Seehofer dann im Nachhinein gemeint hat, ja, man muss jetzt die Gamingszene strenger kontrollieren. Kann schon sein, dass da viele Verrückte unterwegs sind. Und ich bin jetzt wirklich kein Fan von Ego-Shootern. Dazu bin ich zu oft bekifft. Aber es ist halt nicht die Ursache. Übrigens hat es jetzt einen Politologen gegeben, der hat im Standard gemeint, der Franz Fuchs, wie wahrscheinlich heutzutage auch in der Gamingszene. Den Franz Fuchs kennt ihr noch, oder? Gibt es jemanden, der den Franz Fuchs nicht kennt? Da dürft ihr jetzt applaudieren, weil den muss man jetzt nicht unbedingt kennen. Okay. Also muss ich nicht erklären, der sich selber die Hände weggesprengt hat. Da frage ich mich halt auch, wieso der in der Gamingszene? Gut, aber er hat es ja auch hängt, ohne Hände. Und das beneide ich schon ein bisschen, weil ich habe fast ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das Zigarettenträgen gelernt habe. Und der hat das so schnell hingekriegt. Eins muss man den Franz Fuchs schon lassen. Zugute halten. Er hat jeden Einzelnen seiner Opfer einen Brief geschickt. Und wer schickt denn heute noch einen Brief? Denkt daran, jetzt ist bald Weihnachten. Die Oma wird sich freuen. Also, ohne, 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 ohne Sprengstoff. Das ist, okay, das ist dann wirklich mein letztes Thema. Seid ihr in Weihnachtsstimmung oder eher nicht so? Gut, ich nehme mich auch nicht. Das hink ich mir auch heute hier. Bei meiner Freundin total. Also die hat schon 1. Dezember angefangen zum Dekorieren. Und sie ist bis jetzt noch nicht fertig. Und wir wohnen aber in einer 50 Quadratmeter Wohnung. Und ich finde immer noch irgendwann Platz und eine Stelle, wo es was hindern kann. Und ich frage mich auch, wo sich das ganze Zeug aufbewahrt. Und jeden Tag einen Weihnachtsfilm schauen wollen. Das heißt, bis zum 23. Dezember nehme ich jedes Angebot an. Also, falls ihr noch jemanden braucht für die Weihnachtsfeier, ich mache Geburtstagsfeiern für eure Kinder. Wenn ihr das Happy Meal übernehmt. Okay. Ich glaube, das war es für mich für heute Abend. Ich muss jetzt weg. Ich finde meinen Flurschein nicht mehr. Ihr wart sein super Publikum. Dankeschön. Sebastian Hochweiner. Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020